Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um in Zukunft nichts zu verpassen, abonnieren Sie jetzt kostenlos diesen Kanal. Los geht's! Karriere Verbinden Sie sich auf der gleichen Wellenlänge mit Menschen, anstatt gegen sie zu kämpfen. Tun Sie dies, indem Sie Ihre natürliche Gabe des Lachens und der Gutmütigkeit nutzen. Ihr Charme und Ihre Begeisterung sind ansteckend. Diese Qualitäten sind die besten Werkzeuge, die Sie haben. Gesundheit Die heutige Himmelskonstellation gibt Ihnen mehr Energie, als Sie zu gebrauchen wissen. Innerlich fühlen Sie sich vielleicht verwirrt oder frustriert, während Sie äußerlich strahlend und leuchtend erscheinen. Lassen Sie sich nicht davon beeinflussen, was andere tun oder sagen, wenn es um Ihre Gesundheit geht. Folgen Sie Ihrem eigenen inneren Maßstab, was Sie essen und wie viel, wenn überhaupt, Alkohol Sie zu sich nehmen. Niemand außer Ihnen weiß genau, wie es in Ihrem Körper aussieht. Liebe Das Leben kann so viel Spaß machen, besonders an Tagen wie heute, wenn neue Freundschaften in Ihr Leben treten. Unvorhergesehene Ereignisse sind Ihnen nicht fremd, also genießen Sie sie. Wenn Sie bereits eine romantische Beziehung haben, dann stellen Sie sich auf ein wenig Abstand ein, der Sie in Wirklichkeit viel näher zusammenbringen wird. Sie brauchen etwas Abstand, damit Sie sich gegenseitig mehr schätzen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder für Ihr neues Horoskop vorbei. Bis dann!